hey hunters was geht ab und willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ja es geht weiter und heute werden wir mal ein einzelspieler drauf machen ich weiß wir werden es bauen ja und dann gab es die bessere bessere jorts nur ich kann nicht online spielen ihr seht ihr hier über mir 365.000 Kreuz haben wir wenn wir 15 ausgeben haben wir noch 350 macht mir nichts aus wie sagen gehen wir rein wir machen natürlich profi und wir gehen mit da habe ich eine gute die hier wir gehen mit der 3 4 2 1 und kriegen direkt zweiter spieler ich weiß nicht ob die links nehmen wir mal mit linker ms und messi aber ich gehe mit diogo jota rm frau martina ist mit 3 v mehr aus der frau der frau wird rechter im verteidiger wird tiago schilder im tor der google rieter schulde rieders abgültig heißt nicht gut mit die maria die zweite schweig schmack 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 und er könnte sogar auch schnell über die außen Minus Plus die Kelly Plus 5 Tegel und jetzt krieg ich Musa Diaby jetzt wird er safe Minus machen ja was ist das Memphis oh yes Osiman Big 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 für die Bank wir haben schon drei RTTKs aus der Champions League es wird grad nicht besser es wird eher schlechter als grad wir bräuchten was ist das was ist denn das ich habe keine Spieler mehr auf der Bank doch einen habe ich noch so mit 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 damit wir das Rating auch wirklich sicher haben so Torwart boah ich schwöre es war so gut alles wirklich es war wirklich richtig richtig gut diese Bank ist wirklich Brecherbank junge 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 warum sind Drafts einfach scheiße warum sind die grad aktuell scheiße jetzt verkackt was die Drafts angeht so machen wir hier noch zack Diaby und dann wechseln wir mit mit Toma die zwei noch ich glaube das wird nichts mehr mit dem 86er Rating ja so keine Ahnung was wir für einen Manager brauchen dass wir auf voll Chemie kommen nein auch mit der Frau nein boah wie bitter keiner gibt dann nehmen wir einfach hier den hier 31 und 85 das ist ein 116er bis jetzt mein persönlicher Record ja was wir keine Ahnung wann ich jetzt hier das Draft mal spiele waren wir jetzt schon 6 Minuten fürs Draft gebraucht vielleicht in einer oder der nächsten Folgen werden wir mal das Draft dann angehen und probieren 4 Siege zu holen was eigentlich relativ easy ist von dem her würde ich sagen war es das mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen das bringt ein Like und ein Abo da ich will es ich glaube dieses Video wird nicht gut ankommen von dem her lasst trotzdem ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video bis dahin tschau tschau